Schönen guten Tag meine Damen und Herren, es ist der letzte Tag im Jahre 2020. War es nicht ein wunderschönes Jahr? Und zur Krönung dürfen wir dieses Jahr ja eigentlich keine Silvesterknaller knallen lassen. Und dann kam mir die spontane Idee, dass wir ein virtuelles Mini-Feuerwerk machen, so wie ich es jetzt so liefern kann. Okay? Also ihr könnt euch wahrscheinlich denken, was jetzt kommt? Ich stehe wahrscheinlich noch im Titel. Und zwar werden wir jetzt einfach ganz stumpf, für die, die Technik lieben, werden wir ganz stumpf auf die Liste gemacht, werden wir diese 19 Autos ein bisschen in den Drehzahlbegrenzer ballern und werden ein bisschen Sound machen. Und ich weiß, es ist ja auch insgeheim eigentlich das geilere Feuerwerk als das mit dem Feuerzeug. Ja, ein paar Raketen hochjagen. Denn das hier, die hier, wenn der Motor gut läuft, die machen das immer. Ständig und jeden Tag, wenn du willst. Nur nicht in Deutschland. Wegen Polizei. Aber egal. Heute ist Neujahr, wir lassen es krachen. Bis gleich. Hier ist Ihr scent. So ought'r willkommen. Das war war. Wir clamspritense. Wir erklären uns, wir 가 uns, selbst volunteers, noch darum zu ziehen. Und natürlich auch bei denen ausdrücklich. Wir wollen uns. Dieupa. Und so machen wir immer wieder. Aber wenn ihr nach infrast Das war's. 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 Das war's.